Der frisch verheiratete Elias M. Barek weiß ganz genau, worauf wir hier besonders achten. Am Abend bei der Premiere seines neuen Films 1000 Zeilen in München, der am 29.09. ins Kino kommt. Du hast immer deine Hand da drin. Den wollen wir doch jetzt mal sehen. Ich wusste, dass so ein Quatsch kommt. Ich hab mir schon gedacht, ich stand mich gerade schon so da, hab die Fotos gemacht, da ist schon so, der kommt jetzt 100 pro so ein Ding. Warum hast du die Hand? Aber dann zeigt der 40-Jährige den Ehering doch. Am 9.09. hatte er seine Verlobte Jessica auf Ibiza geheiratet. Du strahlst zu, das ist wirklich, ich gratuliere. Mir geht's beschissen. Quatsch, natürlich geht's dir gut. Ja, das ist nicht zu übersehen.